Und da sind wir auch wieder. Kurz Pause-Mut. So, sind wir bereit? Ich weiß es nicht. Aber wir kämpfen uns gegen Andain. Nebenbei, wer es noch geblügt hat, dass die Existenz eine Qualität ist, der nämlich ein Pokémon-Sü-Dungeon. Und dazu endlich, dass alle Sehensüge angeschlagen sind an die Gang Kidima von Drangborn. Das ist es, dann. Kein mehr Weglaufen. Hier komm ich. En Garde. Ich fange sie raus. Oh. Ich verlasse, dass du nicht weg kannst. Okay. Das ist so, dass der Sehste hier halt war. Ich wollte zumindest so gut, wie ganz gut. Ach so. Ich fahre nicht wieder raus. Nicht schlecht. Wie geht es dann damit? Oh Gott. Ich habe vor Andain lang genug gespielt. Ich fahre auch noch mehr. Ich habe neulich erst gelernt, wie man wirklich pariert. Aber wie lange. Ich habe vor Jahren geschlagen und erschlossen für ein gutes Ende. So. Sie zieht ihren Finger um ihren Einbau rum. So, komm her. Und nur wird Sonnenlicht ins Reichhalter sein. Einer hat mich durchlaufen lassen. So. Sie springt unten abwartend. So, komm her. Ich werde sie sich nicht diesmal wegkommen lassen. Komm her. Ah. Just because she hebt einen großen Stein, um nur weil sie kann. So, komm her. So, na. Gut mit aufwärmen. Ah. Huh. Au. Zaun färben. So, dafür esse ich jetzt. Ein Stock. Ich habe den Zimt geholt. Hey. Du bist tough. Oh. 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 Okay. So, komm schon. Aber selbst wenn du dich besiegen könntest. Oh nein, was macht es dir das? Du denkst an die Freunde und schlägst auf den Boden mit ihren Fäusten. Das wird schwierig. Ich höre das nicht getroffen. So. Ich freu jetzt wieder raus. Nein, sie werden unter. Ernsthaft? Weil ihr dicht zu töten ist eine Akte. Das belebe ich doch niemals. Ah, ich wusste es. Das ist echt nicht einfach. Ich soll mir Vorräte kaufen sollen. Ach so. Verlier deine Hoffnung nicht. Abstehe. Schossen. Komm schon. Ich mach's wieder. So. Oh my god. Was ist das denn, wenn ich statt Challenge Piet mache? Didn't want to fight. But nothing happened. Ach so. Ist der nicht kürz. Du wirst keine Sekunde für mich anklicken. Gut, ich werde... Haufen, dass es passiert ist. Ich werde nicht kämpfen. Aber nichts passiert. Nicht schlecht. Was ist denn damit? Oh my god. Oh my god. Okay, lassen wir mal versuchen. Ich hole sie raus. Wir haben lange über den Fäulischen. Ich bin wieder drauf. Okay, es wird immer schwieriger. So. So. Wir werden schneller. Ich werde dann später noch fliegen. Ich bin nur ein bisschen schneller. Noch einmal. So. Diese Zeitpuff werden vielleicht noch flasster. Ich werde dich nicht diesmal weglaufen lassen. So. Ich piele jetzt wieder. Das ist einfach nur Freude... Äh... Ich möchte einfach nur Freude sein. Das erinnert sich ja immer. Das ist irre. Ich habe mich ein bisschen gegessen. Ach, egal. Aufhören. Ah. Ah. Nein. Gut. Ähm... Ich hätte jetzt das 10 Tänzchen. Ich muss spät mal wieder wegkaufen gehen. Ich bin tough. Yes. Das ist schon dick. Du bist mehr mein Ding. So. Ich möchte nicht kämpfen, aber nichts passiert. Aber selbst wenn du mich besiegen könntest. Das ist schon mehr mein Ding. Ich bin... Ich möchte nur Freude sein. Sie haben alles von mir. Sie können mich noch ein bisschen weniger kriegen. Kamin, ich hatte es niemals Rasko vorbei geschafft. Ich glaube, ich habe die Nase gebeten. Nein, das hätte ich nicht tun sollen. Ernsthaft? Blink bitte. Just for the friends. Das ist ein bisschen extrem. Das könnte wir tun. Hab ich da irgendwas zum Heilen? Oh. Hör auf so resistent zu sein. Nein, sie hat mich fast. Bitte. Bitte, ich möchte nur Freunde sein. Worauf seid ihr denn schon gemacht? Bitte. 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 Jeder andere will tot sein jetzt. Bitte. Ich bin doch nur aus Dumme. Nein, ich bin in den Speer reingegangen. Äh, ich depp. Nein, ich gebe nicht auf Auftrags. Stehen im Schloss. Gut, noch ein weiter Versuch. Ja, hier kommst du. Ich werde die ganze Zeit Blink machen. Ich habe Glück. Ich muss die Welt retten. Nein. So, bitte schön. Ich werde die ganze Zeit dasselbe tun. Vielleicht macht es ja auch so oder so schneller. So. Ich möchte nicht kämpfen. Aber nichts passiert. Nicht schlecht. Das ist ja nicht. Okay. Bitte. Ich möchte nicht kämpfen. Aber nichts passiert. Ja, halt. Obwohl, jetzt müsste ich das eigentlich übersetzt haben. Heißt, ich muss mich übersetzen, soll mich nicht konzentrieren. Komm, konzentriere ich mich. Ein Eimer. Bin ich eigentlich zu leise? Hoffentlich nicht. Ah, ah. Ja, das ist doch ein kleines bisschen schneller. Bitte. 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 Ah. Oh, den aufwärmen. So. So. Bitte nicht. Nichts passiert. Ich bin tough. Bitte. Weiter geht's. Ich möchte nicht. Ich möchte mit Freunden sein. So. Mein Kampf ist extrem. Wenn du sehr viel besiegen könntest. Ich weiß es. Ich darf mich nicht in die Ecke treiben lassen. Bitte. 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 Ich will keinen Kampf. Ich will keinen Kampf. So. So. Man lernt doch ein bisschen. Man braucht die Zeit. Ich eben was. So. Ich möchte mit Freunden sein. So. Warte. Die werden sogar so schnell. Bitte. Ich will nicht kämpfen. Aber nichts passiert. Jetzt wäre es gut. Ein DC zu essen. Ein Zip-Pace. Sei nicht so resistent. Ich will keinen Waffen nicht nehmen. Es ist nichts passiert. Es wird wirklich geimpft. Es geht nicht. Ich möchte nicht zu kämpfen. Aber interessiert es natürlich nicht. Du bist so einer Schlacht. Ich habe dabei immer wieder- Leicht Fläche und Gäle. Ich habe aber keine Wasser- und Diss-Oxribolen-Nuklein-Säule. Bitte. Bitte. Ich möchte nur Freunde sein. So, bitte, bitte. Also, bitte. So, bitte. So, bitte. So, bitte. Ich möchte nur Freunde sein. Also, alle waren... Manchmal war ich bis jetzt tot, aber du kannst dich natürlich nicht daran erinnern. Das ist so ein Zeitspiel, den ich mache. Menschen sagen, die Menschen seien erschlossen. Ha. Oh nein. Jetzt kommt meine Seite. So, sie macht einen komischen Weg mit Grinsen. Ich möchte nur Freunde sein. So. Sie können bis nächste Leben überstehen. Wo weiß ich, was sie denn meinte. Ha. Trotzdem habe ich verlockt. So. Bald hab ich dich. Du möchtest auch nicht mehr kämpfen. Hm. Aber ich bin auch entschlossen. Was? Ah, fast. Ich hab eigentlich getroffen, aber... Bitte. Was ist passiert? Ich bin erschlossen, das jetzt zu Ende. Komm schon. Bitte. 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 Ich möchte nicht kämpfen. Lass mich noch nicht gehören. Jetzt. Genau jetzt. Ja. Ja. Hat's ja auch genau recht gehabt. Genau jetzt. Äh, genau. Du wirst in Ordnung sein. Sei entschlossen. Bitte. Ist das wie diese Poster. Diese Poster, die man in manchen Spielen aufhängt. Wo steht, hang in there. Die ganze Folge wird bei anderen Kämpfen sein. Ich bin nicht... Ich bin in diese Richtung nicht garantiert. Bitte. 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 Komm schon. Ich will das jetzt Ende bringen. So. In der Weg ist eine neue Übung. Hätte ich möglicherweise überspringen, hätte ich es nicht getan. Ja. Ja. Steht was du willst. Ich will mich jetzt nur konzentrieren. Ja. Ist alles super. Muss ich mich jetzt konzentrieren. Ohne Wort. Aber schwierig ist zu kommentieren. Gleichzeitig sich kurz konzentrieren. Das können, glaube ich, alle, die im YouTube sind. Und, äh, wird es vielleicht machen. So sprechen und gleichzeitig zu denken. Ah. Huh. Huh. So wollen wir jetzt. So. Immer weiter fliegen. Und sie sagt das, was ich bereits versetzt habe. Bis sie ihr Gesicht verdreht. Ah. Quatsch 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 Quatsch. Verlehrte Gesicht, ich habe gelernt. Das ist doch eigentlich so widerständig. So, jetzt verdreht sich ihr Gesicht, jetzt wird es interessant. Aber bald müsste ich es schaffen. Was der Mensch macht. Äh, desoxyribon-Nuclein soll passen. So, sie kommt bis nächste Szene. So, ich möchte nicht kennenzulernen, ich möchte voll sein. Einfach gesagt, dass wir nicht schlafen. So, jeder Weg ist nötig. Auch wenn man dermals gehen muss. Ich habe das bestimmt schon. So, ich möchte bei dir nicht entsorgen. Ich möchte die Freunde sein. Seid ihr ganz entschämmerkt. Ich komme bis zu den EX-10. Hab ich auch entschlossen? Ja, gut zu wissen. Nein, 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 jetzt wäre es um die Zeit. Ich bin entschlossen, dass wir jetzt beenden. Warte schon, wir sind fast da. Dreh durch. Ich hab keine Lust mehr zu kämpfen, das ist gut, keine Lust mehr zu haben, zu kämpfen oder zu töten. Zu kämpfen ist eigentlich ganz okay, aber töten soll es machen. Genau jetzt. Der Langzeit werde ich müde. Sie dreht ihr Speer ganz schnell. Ich will nicht kämpfen, aber nichts passiert. Aha. Komm schon. Ich gehöre, ich geh ein kleines Sprech. Aha. Nein. Äh. Äh. Du wirst okay sein. Ist das so knapp. Wie viel will die denn? Soll ich wirklich schon anfangen, um zu kämpfen? Soll ich es weiter ausfordern? Äh. 18 Minuten. Angarde. Ja, ganz. Achso. Das ist nicht was ich wollte. Ich hab mich jetzt gehofft. Äh. Nee. Das will ich nicht. Nein, nein, nein. Das will ich nicht. Die Interesse an Lautsprechung ist mir vergangen. Ich werde jetzt nah am Mikrofon sein. Gefällt euch das mir? Vielleicht hilft das ja. Wenn ich nicht laut spreche, damit ich genug Luft habe. Ich werde jetzt um durchsetzen, damit ich mich nicht durchdrehen. Ich habe auch ein Entschlossheit. Ich schloss die Folge so lange zu ziehen, bis sie besiegt. Ich habe auch ein Entschlossheit. Ich habe auch ein Entschlossheit. Aber es ist mir nicht so schnell an. Oh, ich bin da zufrieden. Ich würde jetzt um die Leute zu spüren. Ich bin da zufrieden. Ich bin da zufrieden. Ich bin da zufrieden. Das ist mir ein Entschlossheit. Und ich bin da zufrieden. Und ich bin da zufrieden. Jetzt kann man trainieren, weil man hat es empfehlen. Was ist eigentlich, was ich mit der Hand habe? Ich muss die Sachen abblocken, was ist das? So, kleine Fehler, malen schon sehr viel aus. Schade, noch sind die hier rückwärts kommen nicht da, ich war gar nicht. So, ein, zwei Runden hätte ich noch durch vielleicht. So, vielleicht einmal überliebe ich noch und dann habe ich es gut. So. Nächste Schade ich nehme wird ein Ausschlag sein dafür, dass ich mich heile. Dann versuche ich durchzuhalten. Ja schon fast, 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 fast. So, Ausschlaggeber. Wie ich jetzt? Au. Fast. Wir sind bald da, wir sind bald da. Ausdruck. Schade. Ach Guiden, der hat mich getroffen. Ich hab mich noch mal zu hallen. Wie gehst du meinen Weg? Nein, ich möchte nicht kämpfen. Komm schon. Ich werde nicht besiegt sein. Komm schon. Hör eigentlich auf zu kämpfen. Will nicht mehr kämpfen. Du wirst niemals entkommen von mir. Kannst du mich aufhören? Ich bin schon weit gekommen. Einen oder zwei Treffen will ich nicht. Du wirst niemals entkommen von mir. Das wäre... Da holst sie sich aber... Ich muss jetzt ihr Ernstes sehen. Ja. Fast. Aber es ist wohl besser. Ich bin auch entschlossen, weißt du? Ich werde durchhalten. Hier ist der Saal mit einer Stärke. Das zeigt jetzt der Schlosser raus. Ja. Ja. Es ist jetzt safe. Es ist jetzt ziemlich der Angriff. Und es gibt die Malle. Das ist... ...ein Problem, was aufkommt. Da muss ich am Schluss mir irgendwas belegen. Keine Ahnung. Das ist ein Problem, was aufkommt. Da muss ich am Schluss mir irgendwas belegen. Da muss ich am Streifen zu kommen. Da muss ich mich überstehe. Untertitelung. Na... ... ... ... ... ... ... ... ... Bis zum nächsten Mal. 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 Oh nein. Das war ein Fehler. Bis zum nächsten Mal. 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 ja ich weiß warum ich hier über die verdammt auch so ist jetzt nein das ist natürlich nicht ein komisches labor in so einem ort zu sehen fühlt mich mit entschlossenheit so wie immer sei 35 minuten gut bis zur nächsten bis zur nächsten aufnahme